Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Might & Magic Teil 8. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und mir ist wieder mal eine Sache passiert. Ich habe wieder eine Folge aufgenommen, ohne den Aufnahme-Button zu drücken. Ja, super gelaufen. Aber keine Sorge, wir wiederholen das alles, was ich da schon gemacht habe. Erst einmal, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, habe ich das in der letzten Folge gesagt, oder in der vorletzten Folge, dass ich rausgekriegt habe, wo man das Datum findet und so weiter. Falls ich es nicht gesagt habe, wenn man mit der Mauszeiger hier rüber geht, da sieht man, welches Datum gerade ist, in diesem Fall Freitag. Aber ich glaube, ich habe es schon gesagt gehabt, ich glaube, das war damals ein Montag gewesen, glaube ich. Aber egal, auf jeden Fall, da findet man das Datum, falls ich es noch nicht gesagt haben sollte. So, und jetzt lasst uns mal weiterschauen. Haben wir da schon reingeschaut? Ja, das hatten wir. Hier haben wir noch Erze. Der kann mit Erzen Waffen herstellen. Das ist auf jeden Fall schon mal nicht verkehrt. Das sollten wir uns auf jeden Fall mal notieren. Das ist insofern so gut, dass wir halt die Erze verwenden können, um bessere Ausrüstung zu kriegen. Wobei, bei den Erzen, die wir haben, da wird wahrscheinlich nichts Gutes rauskommen. Aber dann kann man es zwei auch verkaufen. Erzwaffen. Dann kann man es nämlich auch verkaufen und macht Geld damit. Das ist auch nicht verkehrt. Hallo? Mitnehmen? Dankeschön. Das mitnehmen. Dann schauen wir noch hier rein. Wespenstacheln. Wespenstacheln. Von Mitteln gegen Erkältung bis hin zu Kräutertee. Ein bisschen gemahlener Wespenstacheln wirkt manchmal Wunder. Traut ja nicht denjenigen, die diese schwache gemahlene Rüfernhorn verkaufen. Wenn ihr das Beste wollt, dann müssen es Wespenstacheln sein. Ich werde euch für jeden Stachel, den ihr mir bringt, entlohnen. Das heißt, hier müsste es wahrscheinlich noch in der Gegend Wespen wahrscheinlich geben. Schätze ich jedenfalls mal. Alles klar. Das heißt, hier bekommen wir... Ähm... Ankauf... Wespen... Stacheln. So. Da haben wir noch ein fast blauer Tonne. Das ist was für dich hier. Wasser. Für alle nur erfrischend. Dann darfst du hier nochmal reinschauen. Und natürlich auch hier reinschauen. Und dann schauen wir mal kurz hier rein. Eine Aufgabe. Die Truppen des Ogermagiers Zog kamen in diese Gegend zu der Zeit, als der helle Blitz über den nächtlichen Himmel zog. Sie quälen und töten Reisende, die versuchen Alva zu erreichen. Ihr werdet Alva einen großen Dienst erweisen, wenn ihr alle Ogre, welche die Straße nach Alva heimsuchen und die Ogre in der Festung nach Alva vernichten könntet. Kehrt zu mir zurück, wenn ihr alle Ogre in dieser Region getöten habt und ich werde euch belohnen. Ja, ich denke mal, das wird so diese Aufgabe sein, wie wir sie auch in Rabenbucht hatten mit den Wölfen. Die Ogre werden wahrscheinlich Ogre-Ohren, ähm, ja, droppen halt. Und die können wir hier auch wieder verkaufen. Sehr schön. Dann hier reinschauen. Plündernde Ogre. Eines kann ich euch sagen, bei allem, was hier vor sich geht, kann ein ehrlicher Händler keine Geschäfte mehr machen. Ich meine, mit den räuberischen Ogern mussten wir uns ja schon immer herumplagen. Aber nun sind sie sogar so dreist gewesen und haben ja in Alva eine Festung errichtet. Nun können die Karawanen nicht mehr über die Westrude zum Murmelwald ziehen. Das Schlimmste ist, dass ich nun keine Geschäfte mehr mit den dortigen Tempel der Sonne machen kann. Hier nochmal reinschauen, hier reinschauen. Das kommt mit, das letzte Haus hier. Wespen. Sicher gibt es Wespen in Alva, ziemlich große sogar. Aber wir lassen sie aus gutem Grund unbehelligt. Viele unserer Kunden fragen nach Wespenprodukten. Wenn auch ihr daran interessiert seid, die Händler Welldon mit Namen. Äh, der Händler Welldon mit Namen. So rum. Führt auch Wespenprodukte. Er lebt hierher in der Stadt und ich höre, versucht er im Augenblick eine große Menge Wespenstachel zu bestellen. Ja, mit denen haben wir, glaube ich, schon geredet. So, grüne Tonne kannst, glaube ich, auch du gut gebrauchen. Da bist du auch ein bisschen, ähm, ja. So, ich glaube, dann sind wir erst einmal fertig. Da haben wir natürlich diese Dinge hier. Dann würde ich sagen, gehen wir hier rüber. Da haben wir ja auch die Ogre gesehen gehabt. Und da kommen wir definitiv nicht hoch. Da müsste man vielleicht mal mit Fliegen hochkommen. Oder irgendwie über diesen Bergrücken vielleicht hochgehen. Wobei, das ist relativ hoch. Ich denke, da braucht man definitiv liegen. Dann holen wir uns noch ein paar von den Dingern. Wenn wir schon da sind, können wir uns auch ein bisschen ein paar Zutaten holen. Schaden tut es jedenfalls nicht. Da geht das Auge auch schon aus. Dann Auge zaubern. Äh, Schild zaubern. Und ich hätte gesagt, Steinhaut sollten wir vielleicht auch nochmal zaubern. So, dann sind wir doch ganz gut geschützt eigentlich. Und da haben wir auch schon die ersten Ogre. Und wir haben noch eine Reagenz hier. Und zwar einen Rubin. So. Und das habe ich ja auch schon getestet gehabt. Sozusagen. Diese Ogre sind ziemlich einfach zu besiegen. Da brauchen wir gar keine Magie oder sonst irgendwas. Pfeil und Bogen in der Regel... ...funktioniert ziemlich gut. Sofern wir den treffen. Oh. Und ich habe was vergessen. Eigentlich wollte ich noch gar nicht hierher gehen. Eigentlich wollte ich noch was anderes machen. Ich wollte natürlich noch... Äh, Moment. Geh mal wieder zurück. Ich wollte doch noch für ihn hier Fertigkeiten holen. Bogen, Platten und so weiter. Ich dachte gerade... Ich bin beim letzten Mal auch hier gewesen und habe das ja gemacht gehabt. Und dachte gerade... Irgendwie sieben Minuten. Und ich bin schon fast am Ende von der Folge, wo ich das letzte Mal aufgehört habe. Da stimmt doch irgendetwas nicht. Ja, ich war nämlich noch in der letzten Folge... Ähm, also die nicht aufgenommene Folge war ich nämlich... In, ähm... Benötigt ihr eine Kutze? In, ähm... Rabenbucht, beziehungsweise auf der dolchwunden Insel. Ah. Und ich sehe gerade... Ich dachte... Ich wäre... Ich habe, glaube ich, sogar was... Ja. Nee. Ah, seltsam. Ich dachte, ich hätte einen Tag übernachten müssen. So. Jetzt ist Sonntag. Sonntag geht es nicht weiter. Genau so rasiert. Hier musste ich einen Tag warten, um... Hier muss ich zwei Tage warten. Hä? Es ist irgendwie anders, als da, wo ich aufgenommen hatte. Ich dachte, ich wäre montags... Ich dachte, ich wäre montags nach Dings gefahren. Ich dachte, ich wäre montags hierher gefahren und, ähm... Ja. Irgendwie... Ist ja es... Ah, verdammt. Ja, natürlich. Idiot. Ich bin ein Idiot. Ähm... Ja. Ich weiß, was gefehlt hat. Ich weiß, was ich für einen Fehler gerade gemacht habe. Moment. Da waren wir überall. Genau. Ich muss doch auch noch trainieren gehen. Wir waren ja noch gar nicht trainieren. Und ohne Training... ...bringt es das hier nicht. Das war der Fehler, den ich hatte. Wir brauchen ja auch noch, äh... Genau. Wir brauchen ja auch noch ein bisschen Training. Großartig. Großartig. So. Dann... Halt hierher. Ah, was haben wir bei dir gemacht gehabt? Ich weiß es gar nicht mehr. Dunkel könnte man hier auf jeden Fall... ...trainieren noch. Meditation. Das sollte man vielleicht auf... ...hier hochgehen. Leder ist nicht schlecht. Das könnte man auf vier... ...äh, auf Ding hochbringen. Äh, konnte man Leder nicht sogar auf... ...dings hinbringen. Auf... ...auf der Dolchwundeninsel. Dann ist ja gut, dass ich das nochmal aufgenommen habe. Gehen wir mal hier nochmal einen Punkt drauf. Dann sind wir fast auf Wassermeister. Und auf Mastermeister könnten wir... ...wenn wir den Spruch auch kriegen... ...Stadtportale machen. Und das würde ja ziemlich, ziemlich gut sein. Da versuche ich mal vielleicht auch... ...Körper auf Meister zu bringen. Und hier... ...Bodybuilding definitiv auf... ...ja, das ist nämlich das, was gefehlt hat. Und lernen will ich dann auch... ...ein paar Punkte hochzubringen. So. Und jetzt müsste es sein, dass es Samstag ist. Genau. Jetzt passt die Sache schon wieder ein bisschen besser. Und jetzt muss ich, glaube ich, bis Montag warten. Und da habe ich mir überlegt gehabt... ...bringt es überhaupt irgendetwas? Oder sollte man hier vielleicht doch eher noch ein bisschen hier machen? Aber ich habe mich dann entschieden gehabt. So, jetzt müsste es Sonntag sein... ...und Montags geht es nach dem. Willkommen. Ihr möchtet ein ruhiges Zimmer? Und ich fand das... ...auch später beim... ...bei den Ogern... ...dass sich das eigentlich ganz gut auswirkt. Zwei Tage nach Rabenbucht. Wir können losfahren. Und von hier aus... ...konnten wir, glaube ich, sogar gleich weiterfahren. Das ging nicht. Ach, wir müssen ja eh mit dem Schiff fahren. Entschuldigung. Und es ist Mittwoch. Und Mittwoch... Nee, Mittwoch geht es nicht. Ich dachte beim letzten Mal, wir hätten gleich... Nee. Also da muss ich hier auch noch mal einen Tag schlafen gehen. Ich glaube, so war es, ja. Einen Tag schlafen gehen. Und dann können wir zu diesen Dings fahren. Willkommen, ihr möchtet ein ruhiges Zimmer? Jetzt können wir zur dolchbunden Insel fahren... ...und die Sachen holen. ...die uns da noch fehlen. Huff. Ja, der Minotauchus, der gefällt mir eigentlich bisher ganz gut. Der macht sich eigentlich ganz gut in der Gruppe. Finde ich jedenfalls. Kommt an Bord! Lichtet die Anker! So. Jetzt muss ich noch mal schauen, wo das Ganze gewesen ist. Wo wir da hingehen konnten. Ähm... Leder. Da, Experte Leder. Da wollten wir auf jeden Fall hingehen. Und ich glaube, die anderen waren überall... Ich glaube, die nächsten waren, glaube ich... Ja. Fallen entschärfen. Bogen, genau. Aber das Leder für unseren Magier... ...ja. Das habe ich tatsächlich in der... ...verlorenen Aufnahme, wenn ich es mal so nennen darf... ...ähm... ...verpasst gehabt. Das ist echt gut, dass wir das jetzt noch machen. Müssen wir nicht noch mal hierher kommen. Experte Leder darfst du nämlich jetzt auch machen. So. Und damit bekommen wir nämlich... ...weil wir jetzt hier Experte sind... ...ist unser Erholungsmalus eliminiert. Und das ist ganz gut. Dann kommst du nämlich schon viel, viel besser... ...und schneller dran. Das ist auf jeden Fall ziemlich gut. Oh, mach mal das Auge an. Dankeschön. So. Dann müssen wir zu den Häusern da unten gehen. Und... Äh, da drüben sind sie jetzt. Und da müssen wir Bogen lernen. Ich glaube... Ah, welches Haus war denn das hier, glaube ich, oder? Ja, genau, das war's. Experte Bogen. Damit bist du, glaube ich, mit dem Bogen auch fertig. Genau. Mehr als Meister... Äh, mehr als Experte kannst du nicht werden. Das heißt, Bogen, bist du fertig? Du bist mit dem Bogen fertig? Du bist Bogen fertig, weil du hast nur Normal. Du brauchst mal nicht mehr mit Bogen machen. Hauptsache, du kannst... Ja, seid hauptsächlich, ihr könnt es benutzen. Nur mit dir könnte man sogar noch auf Meister... ...oder auch sogar auf Großmeister werden. Aber ansonsten sind wir mit Bogen komplett fertig. Und das ist doch gar nicht mal so schlecht. So. Die nächste Sache, die wir hier lernen wollen... Ich lass es gerade mal auf Doppelspeed hier stehen... Ähm... ...ist die hier. Und zwar werden wir jetzt Experte in der Platte. Damit sollte auch ein Erholungsmalus drin sein. Erholungsmalus wird halbiert. Das ist auch nicht verkehrt. Dann fehlt eigentlich nur noch Bodybuilding. Und dann kriegen wir mehr TP. Und der Bodybuilding, der ist hier drüben. Ich glaube, in das hintere Haus. Also, Bodybuilding. Wenn wir es mal schauen. Wir haben jetzt 80 TP. Nee, das war es doch nicht. Das war der Waffenmeister. Letztes Haus natürlich. Bodybuilding. So. Dann hast du nämlich auf Bodybuilding-Experte. Das heißt, wir sind jetzt bei 86 auf 96 hochgegangen. Und wenn wir das noch weitermachen. Das geht ja immer... Wenn wir das noch weitermachen. Das wird ja immer jetzt verdoppelt. Das heißt, wenn wir nochmal einen Punkt drauf machen. Haben wir schon 10 drauf. Und so weiter. Und das können wir sogar bis zum Meister werden. Ich weiß gar nicht, wo kann man das eigentlich normalerweise lernen. Ich glaube, ein paar Leute könnten das auch noch ganz gut gebrauchen. Aber das machen wir dann irgendwann später mal. Ich weiß nämlich jetzt nicht, wo man das herkriegt. Und wenn nicht, auf Experte kriegen wir sowieso gerade nicht. Aber, wie gesagt. Ein paar sollten das zumindest noch auf Experte kriegen können. So, dann sind wir ja fertig. Dann können wir jetzt zu den Urgarn gehen. Und jetzt passt es auch von der Zeit her um einiges besser als vorher. Ach genau, ich weiß es. Ich glaube, auf dem Rückweg war das alles überhaupt kein Problem mehr gewesen. Der Hinweg war, glaube ich, mit viel Schlafen. Aber auf den Rückweg ging das, glaube ich, ohne große Probleme. Da können wir gleich durchreisen. So. Rabenbucht. Da schauen wir mal. Wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche, müssten wir gleich durchreisen können. Nach Alva zurück. Benötigt ihr eine? Wir können losfahren. Da war das jetzt, wo gar kein Problem ist. Und dann bin ich da hinten hingegangen. Und dann bin ich nach da hinten gegangen und habe die Oga erledigt. Und da auch unser... Unser Freund, der Minotaure, jetzt um einiges besser ist im Bogen. So. Oh genau. Und hier könnte man vielleicht noch Segen machen. Den habe ich ganz vergessen. So. Jetzt sollte es sogar noch um einiges besser gehen. Der erste liegt. Da kommen die nächsten. Und ich nehme mal an. Da war ich noch nicht drin, aber ich nehme mal sehr stark an. Das hier oben wird die Oga-Festung sein. Von der wir schon gehört haben. Und da sollte man ja auch mehr mal für mehrere Sachen hingehen. Für die eine Quest, wo wir die Oga erledigen sollen. Und auch für eine andere Quest. So. Jetzt noch du. Ja, die sind so einfach zu besiegen mittlerweile hier. Also die... Ja, beim letzten Mal, als ich hier war, also in der nicht aufgenommenen Folge, haben die aber ein bisschen mehr Ohren fallen lassen. Das ist gerade ein bisschen schade. Irgendwie lassen gar keine mehr die Ohren fallen. Die Quest haben wir doch. Also wir sollen auf jeden Fall die Tochter retten. Genau. Und wir sollen doch hier... Tötet alle Oga. Ja. Komisch, dass die jetzt keine Ohren... Uah. Okay. Die habe ich jetzt übersehen. Also beim letzten Mal haben die tatsächlich ein bisschen mehr Ohren fallen lassen. Das ist jetzt tatsächlich ein bisschen schade. Also... Keine Ahnung, warum das jetzt nicht passiert. Hätte ich erst noch mit den Ohren reden. Äh, über die Ohren reden müssen. Weil die fallen jetzt überhaupt nicht hier rein. Weil hier haben wir jetzt überhaupt keine Ohren. Ich gehe nochmal ganz kurz zurück. Dann rede ich nochmal mit den einen. Ob ja... Da haben wir, glaube ich, jetzt nicht mit geredet. Weil das war mir für mich eigentlich selbstverständlich, dass die die Ohren verlieren. Aber vielleicht muss ich tatsächlich dieses Gespräch auch nochmal führen. Ohren... Ich meine, das ist jetzt nicht so weit weg. Das macht nichts. Aber... Ja. Hm. Sehr seltsam. So, hier war das nochmal. Das war hier Belohnung für Oga-Ohren. Kehrt mit Oga-Ohren zurück, wenn ihr bezahlt werden wollt. Vielleicht musste ich das ja noch machen. Ich glaube es zwar nicht. Wahrscheinlich haben wir im Moment einfach nur ziemlich viel Pech gehabt. Aber gut. Ah, den habe ich auch vergessen, es mitzunehmen. So. Ähm. Ich wollte Stubblespeed rausnehmen. Nichts anderes machen. So, dann schau mal da rein. Was kriegen wir denn da? Ein Schwert. Noch ein Schwert und weitere Erze und noch ein Schwert. Weitere Erze. Das dürfte ein Dolch gewesen sein. Die können wir nicht angelegen. Die können wir nicht angelegen. Mist. Äh. Gelb und Rot. Gelb gemischt. Und eigentlich solltest du auch... Das kann ich nicht tragen. Eigentlich solltest du auch... Du sollst eigentlich suchen. Ja, super. Ich weiß nicht, ob das... Aufpassen. Krankheit heilen. Ja, zwei Tränke verpeilt gehabt. Mist. So, die Ogre-Festung. Da kommen wir aber später hin. Ja, was ich auf jeden Fall noch gemacht habe. Wir könnten ja noch uns unten noch weiter umschauen. Hier unten. Aber ich habe auch noch eine Sache gemacht. Wir sind... Ich bin nämlich noch hier hochgeklettert. Weil da haben wir auch ein paar... Das sieht man auch. Ein paar Ogre. Wo man kommt ohne Probleme, ohne Fliegen oder so... Sonst irgendetwas hier hoch. Ich habe keine Ahnung. Aber die lassen irgendwie keine Ohren fallen. Doch, da haben wir eins. Ich habe schon gedacht, irgendwas stimmt gerade nicht. So. Da haben wir auf jeden Fall noch weiter Ogre. Dann würde ich sagen, schauen wir uns nämlich dieses Gebiet hier oben... noch fertig an. Und in der nächsten Folge können wir uns überlegen, ob wir in dieses Ding hier reingehen. Oder ob wir erstmal weiter auch die Karte anschauen. Hier unten. Aber ich könnte mir vorstellen, dass wir vielleicht da hochgehen... Äh, da reingehen. Und ja, mal schauen... Was wir da drin so alles finden werden. Aber erstmal hier oben. Gut. Dann sage ich mal vielen Dank fürs Anschauen. Macht's gut. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.